Dromasana, der Kopfstand. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Vom Fersensitz ausgehend, gib die Hände um die Ellbogen, um so die richtige Distanz der Ellbogen zueinander zu haben. Dann gib die Ellbogen auf den Boden und falte die Hände. Öffne dabei die Handflächen und gib den Scheitel auf den Boden. Das ist die Vorübung für Dromasana. Von ihr ausgehend strecke die Beine aus und wandere mit den Zehen zu den Ellbogen. Dann beuge die Knie und halte einen Moment lang den unteren Rücken gerade, so bis du ein Arda-Dromasana in dem halben Kopfstand. Dann gib langsam die Knie nach oben und so bist du im Dreiviertel-Dromasana, bis du die Beine ganz ausstreckst. So bist du im vollen Dromasana. Warum sage ich jetzt hier Dromasana nicht? Shiasasana. Du kennst vermutlich Shiasasana als Kopfstand. Shiasa heißt Kopf. Aber Dromasana ist die Stellung des Baumes. Du kennst den Baum wahrscheinlich eher als die Einbeinstellung mit Händen über den Kopf. Aber Droma als Baum ist ja etwas, was in der Landschaft gerade steht. Und so wird Dromasana auch der Kopfstand bezeichnet. Panimukta-Dromasana gibt es auch. Dort würdest du die Hände nicht gefaltet deinem Kopf halten, sondern die Hände flach auf dem Boden. Ja, soweit also zu Dromasana. Aus Dromasana herauskommend gehst du dann wieder in die Stellung des Kindes und entspannst in dieser Garbhasana-Stellung, auch genannt Balasana-Stellung. Dromasana hilft also für Konzentration, hilft für inneres Gleichgewicht und auch dazu, wach zu werden und Konzentration auch für die Meditation zu kultivieren. Mehr Informationen über den Kopfstand mit vielen Vorübungen und Variationen und mehr Informationen über die Wirkung des Kopfstandes unter dem Stichwort Shirshasana auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App. Dromasana